hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality hier auf der grünfelder land in der version 1.2 so der jürgen der jürgen steht hier auch schon rum und wartet auf die ernte herrne was hast du für ein wetter bestellt hier was ganz nur überhaupt einer träscher einer lohnunternehmen also ich mir ein treasure leisten kann weiß guck mal auf die uhr kurz war doch gewonnen lotto ich spiele kein lotto zum lotto gewinnen müssen erstmal lotto spielen auf die uhr geguckt wie gesagt hier die version 1.2 ich war gerade bei am erklären jetzt regnet es ja gerade können wir jetzt kurz machen 1.2 der grünfelder land in der rp version wie wir sie hier haben ihr könnt euch auch natürlich die 1.2 beta downloaden auf motto star ls portal oder verbinden und dann attacke machen so gut jürgen was machen wir denn nun kaffee grenzen kaffee grenzen aber du hast du irgendwas kann ich in den fastback einsteigen weiß gar nicht ob das geht immer da leider nicht sicher ja ich glaube aber in den hier ja klar wir fahren jetzt im treasure zum in die stadt ja wir fahren jetzt im treasure in die stadt oder was kommen koppel das ding mal ab attacke in dennoch feldkirchen bitte hallo ja hallo ich bin jetzt hier hochgespringt zu den fänden ja Prozent den ganz zurück zum hoffen von rechts ok dann hat du maus da steht die polende pass auf nie und und meine tscheche fährt ja nun was wäre da 43 ja und für die die ja ich bin gespannt was hier los ist mal gespannt wann regnen aufhört ja das bin ich auch den brauchen wir nun wirklich nicht nup hat genug geregnet die letzten tage ja das stimmt ähm da vorne mal links na den feldweg rein jo die stadtplaner sind fertig geworden haben neue sträßchen angelegt top jo jo da fährt der sun ja auch endlich nicht mehr über mein Feld ey ja und die Funkverbindung müsste auch besser werden besser geworden sein ja ich seh ich schon da vorne ist ein Funkmasten mhm da ist auch Raps angepflanzt sehe ich gerade ja ja für die Dieselproduktion ok da brauchen wir ja genug links oh da ist hier da haben wir immer ein bisschen ein bisschen größen äh äh ein bisschen Angst hier wenn andere Leute fahren ich bin absolut kein guter Beifahrer mit Zittern in die Knie nett ne 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 kann ich gar nicht Beifahrer bin ich auch nicht so ein guter ich glaub Fahrer auch nicht äh äh Guck mal ich glaub ich hast du hier Bäume gepflanzt oder was äh Büsche gepflanzt oder was los ne hier waren äh Gärtner 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 mhm haben sie gut gemacht Landschaftsgärtnerei hier äh ja wir müssen rein ins Dörfchen zum Lidl in die Straße wenn wir überhaupt beim Drescher hinkommen wird's nie äh ey Ich weiß. Links. So. Warte. Pump mal hier links. Oder da vorne an den Häusern. Einfach hier irgendwo parken. Gut. Guck mal hier. Oh! Mehmet hat nämlich sich ein bisschen erweitert. Mehmet hat jetzt eine eigene Dönerproduktion gebaut. Der hat wohl gut an dir verdient. Kof ne. Kof ne. Jo. Dönergabab. Gürt das da... Was hier hinten gehört? Schau mal dazu. Ja, aber da gibt es auch einen Ausgang für Fußgänger. Und nicht für Affen. Das da ist ne. Du springst hier über die Dinger, als wäre es nichts. Ja, sportlich. Das ist der Döner. Ich sag's dir. Jo. Da geht es auch zu mir mit. Oh, wei. Können wir mit dazu. Ist ordentlich, was du. Jo. Und dass du schon mal Bescheid weißt. Dachte, das zeigt dir jetzt mal. Können wir dich interessieren, dachte ich. Ja, definitiv. Hey. Hab ich den richtigen Riecher gehabt, ne? Ja. Ja, warte mal. Wir könnten ja da an der Seite vorbeilaufen. Ja, aber du, warte mal. Wir könnten doch bei Mehmet kurz vorbeischauen, oder? Ja, da ist er da drüben direkt. Oh, hol ich mir mal ne Cola. Na, ist halt, wenn es regnet, da hat man viel Zeit. Oh, Mehmet. Hey. Gib mal nen Cola rüber hier. Oh, mir auch. 2,50. Ey, das ist nur ne 0,25er Dose. Hi, Mehmet. 25 Cent Pfand. Ekelhaftes Wetter, ey. Ja. Ja. Mhm. Er trägst du mir mit. Ah, okay. Jo. Hast recht. Du bist, was mir mit gerade gesagt hat? Hm. Hey, bist du ein bester Kunde. Ja, ja. Du kriegst bald die Goldene, den goldenen Döner, Dönerwagen oder so. Ja, oh, Mehmet nicht verstehen uns, tipptopp, ne, Mehmet. Ah. Oh, ja. Gut. Also, bis deine, ach so, hier, die Dose kriegst du zurück. Oh, genau. Komm, Mehmet. Nee, lass stecken die 25 Cent, kannst du behalten. Tschö. Nee, warte mal, ich muss mal gerade den Albert einrufen. Jo. Mom. Ja? Albert? Ja? Ja, rein. Es synchronisiert gerade. Ähm. Was machst du denn gerade? Ich fahr, ich wollte hochfahren. Wenn die Synchro vorbei ist, dann fahr ich hoch zum Job, den Dings holen, hier, sag mal schnell, den Tiefenlocker. Hä, warum den Tiefenlocker? Ja, da ist er außer den beiden Job gelandet, also hier bei den Händler gelandet. Ah, okay. Der mit dem Hänger, der Traktor, der ist wohl eben, keine Ahnung, wo der hingefahren ist, aber nicht zu unserem Hof. Ob der auf dem Bauhof, weil, auf dem Bauhof. Wie, der Anhänger ist weg? Der ist hier, glaube ich, richtig, der steht hier da irgendwo noch in der Nähe von so einer Tankstelle, in Feldkirchen, glaube ich. Ja, und den Anhänger? Ja. Hat der mitgenommen, oder was? Jo. Oh, ich sag dem Jürgen Bescheid. Gut. Bis dann mal, tschüss. Jo, bis dann. Jürgen. Ja. Warum mobst denn deinen Mitarbeiter unseren, äh, Holztransporter? Äh? Jo. Dein, dein Kollege, der vorhin angerufen hat. Der hat den unseren Holzanhänger mitgenommen. Nee, ne? Doch. Oh, grad beim Bauhof vorbei. Albert hat gemeint, er steht hier irgendwo. Na, fahr'n wir mal gucken. Jo. Der soll den mal runterstellen, zu uns. Äh, warte mal. Kannst du mal kurz zur Kartonproduktion noch rüberfahren? Hm, ja. Ich meine, wir sind ja mit einem kleinen Gefährt hier unterwegs, das geht ja flott. Kleinem Gefährt. Jo. Ich funke den da mal grad an. Jo. Jo. Oh, danke. So, ich weiß gar nicht. Die gehört ja uns, glaub' ich, hier. Wir brauchen mal Hackschnitzel. Hackschnitzel und... Und Wasser brauch' ich auch noch. Komm mal. Oh. Fertig. Fertig mit dem Drescher rein. Ähm. Ähm. B-b-b-b-bam. Ja. Wann kann? Äh. Wer ist da? Wann kann? Äh. Ich wollte zur Gemeinde. Ja, das passt. Sind Sie neu? Ja, ich bin, ähm, nur ein freier Mitarbeiter. Halt da aus, wo, ähm, Arbeit nötig ist. Ah, okay. Äh, ich, äh, ich bräuchte nämlich Wasser. Haben Sie schon irgendwas? Ähm, ja, ich bin grad dabei, aber leider haben wir nicht wirklich viel Wasser da und uns ist auch kein, die Lieferung für Holzkohle ist leider noch nicht angekommen. Äh, doch, die ist eigentlich letzte Woche angekommen. Ich werd' nochmal nachfragen, weil der Jürgen hat die eigentlich hochtransportiert. Ich frag' nochmal nach. Will mich dann gleich bei Ihnen melden. Das wäre nett. Gut, danke, tschüss. Tschüss. Okay, danke. So, Jürgen. Jo. Du hast ja letzte Woche Holzkohle hochtransportiert, oder nicht? Zum, zur Polizei, ja. Zur Polizei oder zum Wasserwerk? Ja, zum Wasserwerk. Doch, der Polente. Da ist so ein neuer Mitarbeiter irgendwie, der hat gemeint, das sei nichts. Ey, was ist denn passiert, ey? Welcher neuer Mitarbeiter? Der ist so ein neuer Mitarbeiter. Der Müller. Nee, äh, Fan, Fan Can, hat er, glaub ich, gesagt. Äh, hat für'n Ding? Ja, Fan Can, so heißt es. Ja, Gesundheit. Nee, keine Ahnung. Ich mein', der ist so ein freier Mitarbeiter, der sucht sich immer Arbeit. So ein umherreißender Gesell. Vielleicht hat die das schon produziert. Nee, der hat gesagt, da sei kein Wasser. Hm. Aber du hast auf jeden Fall hochgeliefert. Ja. Ja, dann telefonier ich nochmal. Gleich. Irgendwann. Äh, äh. Aber ich hab' auch durch ne' Nachricht mitgekriegt, dass der, äh, dass unser Holz vom Anhänger geklaut wurde. Ah? Ja, ja, ja. Nee. Doch, wir hatten extra noch Holz, äh, letzte Woche ja geschlagen, im Wald, bevor wir ihn verkauft haben. Das fehlt auch jetzt grade. Nicht, dass da so ein paar Zeitgenossen aus, äh, jo, anderen Ländern oder Wachsagen. Ach, so was, ey. Ach, und so was, ey. Ja, weiß ich auch nicht, wenn ich das wüsste. Okay, ich ruf nochmal den von der Stadt an. Wann kann? Ja, Volker Warhune nochmal. Hallo. Hallo. Ähm, so, der Volker hat, äh, nee, der Quatsch, der Jürgen Rasex hat gesagt, der hat's hochgeliefert. Ja, okay, ähm, zwei Palette, eine halbe Palette steht nur oben. Ja. Ähm, aber es, ich hab keine Möglichkeit, diese einzulagern, da wir noch keinen Stabler oben haben. Dann melden Sie sich mal beim Händler. Ja, wer wär denn da nochmal zuständig dafür? Äh, das ist eigentlich der Lukas Müller. Super, dann, den hab ich grad eben gesehen. Ich bin nämlich grad beim Unten, beim Händler. Ah, okay, dann passt's ja. Genau. Ähm, wie viel Wasser bräuchten Sie denn? Weil 16.000 Liter hätten wir jetzt grad nur vorrätig. Äh, ja, mal so fünf bis zehntausend. Ja gut, denn der Herr Dressler hat sich auch gemeldet, der bräuchte für seine Schafe was. Okay. Dann würde ich ihn so 5.000 Liter vorbeibringen und den, den Dressler und den drescht. Ja, das wird passen. Super, dann machen wir das so. Jo, bis dann, danke. Tschüss. Äh, wissen Sie wohin? Äh, das war Hof, äh, 5, wenn ich mich richtig erinnere. Theoretisch, ja, das ist die Rechnungsadresse, Lieferadresse wäre, äh, Industriegebiet in Feldkirchen. Ah, perfekt. Oder der Zellulosefabrik. Wäre das dann speziell das Industriegebiet oder, ähm? Die Zellulosefabrik. Okay, perfekt. Äh, wenn Sie dort sind, rufen Sie mich nochmal an, dann sag ich Ihnen, wo Sie es genau reinschütten müssen. Genau, unser Fahrer meldet sich dann nochmal an. Genau. Danke, tschüss. Tschüss. Äh, Jürgen? Ja? Na, du bist nicht hingerannt. Hier oben, auf dem Dach. Hä? Ah. Ich muss doch gerade gucken, ja. Der war doch gerade albert, oder? Ach, jetzt ist der. Keine Ahnung, der ist weggefahren. Naja. Wo, gerade auf jeden Fall ein Klaas. Oh, was ist hier los? Bauen Sie ein neues, ein paar neuen Häuschen, oder was? Hm. Interessant, interessant. Aber die Maschinen sollten Sie eigentlich bei Regen mal irgendwo wegstellen. Malerweise hängt man die auch an den Kran, damit die nicht geklaut werden. Stimmt. Stimmt. Naja. Naja. Interessant werden ein paar neue Buben hier Luxusvillen oder so erstellt. gebaut. Auf jeden Fall große Fenster. Ja. Oh. So modern, so lichtdurchflutete Räume. Mhm. Oh, schöne Treppe hier, breit. Ah, nichts gut. Ja. Kann man ins Kinderzimmer reinmachen? Oh, sogar mit so Empore hier. Ist cool. Ja. Mal auf, da hat der netten Nageltritts. Nee, nee. Obwohl, Geld kriegst du dann. Hehe. So, okay. Ja, geht's nicht raus. Irgendwie. Ah, hier. Jetzt. Gut. Ähm. Der Kran gefällt mir. Jo, ja. Sieht schick aus. Hm? Der Kran gefällt mir. Hm? So, ähm. Machen wir Pause. Mhm. Ja. Du auch? Ja. Gut. Dann machen wir gemeinsam Pause. Ja. Hallo Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Schaut beim Varuna vorbei. Oder beim DarkRay6 YouTube. Danke. Ähm, ja. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss. Los, was das. Ich w least. Dann geht's, was das?